Und der segelt diesmal durch! Eichinger! Ja, meine Güte! Genauigkeit ist auf dem Level eines Lottogewinns hier in Zwickau. Und dann kommt er plötzlich mal durch, zu Eichinger der Ball. Aber der ist zu zentral für Vincent Müller. Wieder Herrmann. Und da ist Gommes! Und da ist Gommes! Aber es ist Vincent Müller, der heute auch wieder in der Nachspielzeit überragt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.